100.000 Abonnenten bei YouTube. Das ist echt super. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Als kleines Dankeschön haben wir uns gedacht. Wir brauchen ein neues Intro-Video auf unserem Channel. Und jetzt seid ihr gefragt. Was ist Galileo für euch? Seid kreativ und ladet einfach ein YouTube-Video hoch mit dem Titel Das ist Galileo. Der Gewinnerclip wird dann einen Monat lang das Intro auf unserem YouTube-Kanal sein. In zwei Wochen habt ihr Zeit, um zu produzieren. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr so drauf habt. Galileo bei YouTube und natürlich auch jeden Abend auf ProSieben. Bis dann.